Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Es gibt heute ein Video aus Anlass, denn gestern kam der After-Trailer, also der offizielle, raus. Und ich habe ihn noch nicht geguckt. Ich wollte eine Reaktion dazu filmen, wie auch schon beim letzten Mal. Die verlinke ich euch hier oben. Und deshalb gibt es heute meine Reaktion zu dem After-Trailer und ich bin super gespannt. Also ich weiß nur schon, welches Lied ist und ansonsten eigentlich nicht sehr viel. Deshalb gucken wir uns den jetzt gemeinsam an. I'm excited. Who is Hardin Scott? Who is Hardin Scott? Oh my god. Who is Hardin Scott? Oh my god, I can't, I can't, okay. Call and text every day. Mom, let's call it. It's not a survival course. It'll be fine. Truth or dare? Okay, truth. Are you a virgin? I'll do dare. I dare you to make out with Arnie. I'm done playing this game. Oh, I like this girl. Deep question. Who is Hardin Scott? So cute, wie sie dabei sitzen. I think that it's better if we keep our distance. Welcome to my favorite place. Oh my god. We just wanted two friends. I don't think we can ever be just friends. You are stunning. You are stunning. You are stunning. Nothing could ever change the way that I feel about you. Just be careful. What happened? It has to do with Hardin. Something's going on. But it's not what you think. I'm making a big mistake today. It's going to break your heart. What are you dreaming about? I'm definitely dreaming about Hardin. Oh my god. Oh my god. Okay. Okay. Also, es war jetzt nicht so viel Neues. Also, wir haben ein paar mehr Charaktere gesehen. Aber, ähm, also einiges Szenen kannten wir auch schon die Ausschnitte aus dem Teaser-Trailer. Und, ähm, er hat so einen anderen Vibe. Weil, also das Deed, das ist nicht wie Dangerous Woman, so. Ich muss fast sagen, da hat mir der Teaser-Trailer von der Musik besser gefallen. Auch wenn der Lyrics nicht gepasst hat, aber so vom Tempo und so. Aber, oh my god, I will, I will die in the cinema. Like, literally. Oh my god, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich freue mich so sehr auf diesen Film. Und, oh my god. Also, ich bin ja mittlerweile auch so all in bei Hardin. Also, ich liebe ihn mittlerweile einfach. Und, ähm, ja, I'm living. I'm living. Und ich, ich fand auch die, ähm, die Szene, wo Tessa so reinkommt und die zerstörte Blumenwase und so. Oh, oh my god. Also, das war ja was, das hatten wir im Teaser-Trailer noch nicht gesehen, so. Ach, und das am See. The Trailer made my day. Ich schreibe nämlich gleich noch Kosten- und Leistungsrechnung. Yay! Und, ja. Ja, schreibt mir jetzt unbedingt in die Kommentare, wie ihr den Trailer findet. Und, was ihr sagt, einfach alles, was euch auf dem Herzen liegt, lasst uns uns über After austauschen. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020